was geht ab eine neue runde world of warships und wir spielen mal ja ein kleines tier 4 schiff nur mal so eine runde für zwischendurch während gerade der kaffee gedänzt wird und ich noch ein anderes spiel runterlade dachte ich mir so in der warte zeit komm hast du mal so ein kurzweiliges spiel rein was man immer mal machen kann youtube ist unterwegs mit der kurdubar tier 4 bei was ist das japan asiatisch oder so kommen sogar lebenspunkte zurückholen mit einem tier 4 schiff nicht schlecht nicht schlecht war ja gleich mal rüber zu genau wir sind in der mehrzahl auf der anderen seite auf unserer linken seite sind vier leute wir hier locker das doppelte etwas pushen den gegner hier schlagen was haben wir da drüben game yogi die kann natürlich relativ weit zu san so herrlich aber wir müssen ja was tun auch wenn wir uns damit jetzt aufdecken spielt aber gar nicht so die rolle noch einfach mal drüben rein reichweite glaube ich sieben kilometer ich habe vor uns mal geguckt dürfte es eigentlich nicht erreichen ist aber auch egal wow erste treffer läuft haben die sich schöner zitter treffer gucken wir da hat jemand richtig bock richtig bock ich habe hier auch wirklich nur die ap granaten da gehe ich jetzt als kreuzer auf schlachtschiff mit ap ja ist gut ne machen wir mal so könnte natürlich auch hier einfach den zwergeli ich glaube das macht vielleicht mehr sinn oder man kaputt junge hallo alter erfährt man halt einfach im weg rum habe ich aber auch zu spät eingedüdelt da mein ziel zu ändern hauptsache du schießt über unsere drüber da gugelt sich aber einer ab meine güte jetzt haut ihr mal hier eine cedar rein im schlachtschiff ich bin doch ein übelst krasser kreuzer aber es verschwindet halt einfach alles nicht durchschlagen es durchschlägt halt einfach nichts irgendetwas jetzt denkt aber auch keiner dran auf mich zu zielen es ist halt einfach du machst halt null schaden natürlich weit bevor ich meinen torpedos irgendwo wobei ich weiß nicht ob die getroffen hätten keine ahnung wir gehen mal hier auf die dugay trun ja das ist aber eine komische kurve oder was tut er da wer hat das schief kann man das mal erinnern ne sah bloß so aus die grafik das ist so dass ich auf mich konzentrieren kann ich muss halt ordentlich irgend so was wie citas treffen ne sonst wird das hier etwas früher wenigstens mach ich halt bei dem schaden im vergleich zum schlachtschiff er macht die klassische rumeier taktik ich liebe es das ist schlecht alter das ist ja was anderes hier das könnte gleich ein kreuzer äh ein zerstörer umdecken kommen unser team hat die führung übernommen gegnerischen zerstörer eindringt waren natürlich blind shots hier meine torpedos weil ich dachte da kommt gleich was um die ecke oder da habe ich glaube ich komplett geschielt naja ne das ist ja eher so ernüchternd gerade die runde ich bin mir nur vom arsch gegeben hö 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 hast du geguckt jetzt machen wir zumindest mal etwas schaden ja der zerstörer dort vorne stört mich schon etwas torpedos voraus da habe ich ja zum glück nicht meine breitseite gezeigt das war richtig und wichtig die inseln sind ja gerade nicht mein freund bin ich ehrlich bin ich komplett early alter ich mach halt einfach auch keinen schaden ne ich gebe dem typen immer nur mal so einen klaps auf den arsch mehr ist es nicht kaffee nicht vergessen schmack auf hat's ja leute wenig action hier aber kleine runde für zwischendurch nur mal so mal kieken ja da können wir ja auch die türmer schon in die andere Richtung drehen unser sieg ist in sicht abbrechen ja vergiss es kollege ich kann hier halt auch einfach nicht meine frühe und dass ich mal mehr Türme einsetzen kann es ist ja frustrierend ey jetzt muss ich doch wieder in die andere Richtung drehen boah genau er drückt mir halt einfach entschieden mehr schaden wie ich mit meinen komischen AP granaten hier ey es ist halt ein kreuzerein mit AP ok so der innerer Torpedowerf auf der Seite ist schon da ok ok es ist halt einfach er macht mir so viel mehr schaden mit seinen SAP äh mit seinen HP ok es ist es ist ein Witz 200 200 200 200 du eierst dir hier den Schaden zusammen nicht passiert so risch es brennen wir wenigstens nicht mehr aber ich hab ihn zerstört gegnerischer kreuzer versenkt oh es war ja aber oh 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 hab ich mir aber auch verdient ey bin ich auch dran geblieben wie wie so äh saugnapf 3 Citas du hast halt einfach auch na gut ja ich war zu nah dran dann triffst du auch keine guten Citas die musste eher so von oben treffen alles gut aber wir sind immerhin ein Dritter konnten am Ende noch Punkte machen mit Verteidigung oh Gott der Kaffee baut sich seinen Weg nach oben geil noch mehr trinken da hast du gleich Rosinen in der Nase ja kleine Runde wir sind Dritter 120 Treffer naja aus dem Schlachtschiff da hab ich einen Haufen abgelassen was halt einfach komplett verpufft ist es ist einfach nur quasi abgeprallt nicht durchgegangen da haben die sich nur totgelacht aber ok kleine Runde mit einem kleinen Schiff nur so für zwischendurch und ähm haut rein bis zum nächsten Mal